Generell in meiner Küche versuche natürlich alles sehr regional zu halten. Warum soll ich irgendwas herfahren oder von weit weg einkaufen, wenn ich das Produkt vielleicht sogar noch im Biss eigentlich direkt vor der Haustür habe? Ich bin die Vroni Lutz, ich komme aus Riedering, das ist im schönen Chiemgau am Simsee. Da betreibe ich ein kleines Kaffee, das Kaffee Stürzer und nebenher habe ich noch eine Fernsehsendung im BR, die Haust Vronis Lieblingsschmankerl.